und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei star ocean sind die wein force leider einen tag länger als ich eigentlich vor hatte pause gewesen habe ich jetzt eigentlich durchgerüstet wird schon passen ja machen wir weiter gar nicht lang rum ich würde mich mal interessieren was hier so ist oder spielen wir einfach die story weiter so sick ist dass sie gerade nicht mehr irgendwelche gegenseite ich bin mal gespannt ob jetzt dann da irgendwie krieg losgeht oder also es wirkt halt schon so wie wenn wir jetzt dann in den krieg gehen die frage ist wird das imperium von diesen dämonen unterstützt oder drehen die ihr eigenes ding we shouldn't get lost as long as we follow the road south right correct however this area seems to be teaming with monsters so we should keep our guard up eigentlich sind hier keine mo oh oh ja die ap weg mit euch noch mal einer also wie viel sind denn das macht ihr eigentlich was schön in der luft erwischt ist wirklich so ein stück von der hauptstadt weg ist erst einmal gar nichts und dann kommen die viecher ist da unten schon die festung ging jetzt aber fix ich dachte wir müssen durch ein zwei gebiete oder so ich meine dass ich ein problem damit habe ich finde es sogar gut ja 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 Kleine Nervenzeichen 1000 Summonen, da gehen dann ab Eigentlich interessieren mich bloß die großen Viecher Alter, massen Blind Side Wo ist er hier? Verdammten Nervenzeichen Oh, das ist der Chief Oh Verdammt großes Gebiet, Alter, was geht da? Vor allem, das hört halt auch nicht auf, ne? Wie kann ich nochmal den Scanner machen, dass es ausweichen? Eigentlich wollte ich einfach gleich die Story weitermachen, aber nachdem ich jetzt merke, was... Uh, da gehts hoch irgendwo irgendwo Wow, sind einfach nur Treppen im Nichts Oh ne, da Achso, da gehts in ein anderes Gebiet Na super So So Ah, okay Da ist es eingegrenzt Ja, aber jetzt seien wir ehrlich, das hätten sie doch bis zu den Felsen auch noch... Wow Das hätten sie doch bis zu den... ... 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 Was ist wahr? Nein, nicht alleine. Ich habe viel Hilfe von Dad, meinem Vater, Dr. Markus, Ray, und Elena. Ich habe auch Maester Midas Felgrit in der Royal City. Midas ist zurückgekommen? Wir haben keine Beobachtung von seiner Beobachtung, aber die Maester zurückgekommen, die Frau Nina der Beobachtung der Beobachtung für Helgars, und die selbe Beobachtung von mir und Albert zu der Royal City, alles hätte nicht möglich sein, ohne die Hilfe von Sir Raymond und Frau Elena. Hm. Ist das so? Danke für dich, dass du so weit weg bist, um meine Frau zu helfen. Ah, kein Problem. Pray. Pray forgive ihm, Ihre Majestät. Du bist zu generös. Ja. 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 Ich finde den Ray so geil. Steht der König vor ihm. No props, boy. Hey, bro. Kein Problem. Ich will bloß nur, dass du so high five, alter. Shall we wait to the dungeon, man? I dare say the matter should resolve quickly, if I accompany you. Ah, ich hoffe, Chloe ist okay. Hör auf. Wir haben keine Gefahr hier in Baldar verletzt. Das tun könnte nur als Grund für das Empire kommen, dass sie mit all der Führung kommen wird. Hä? Oh, da! Wie sie einfach verdammt das Loch im Boden haben. Wie ich halt irgendwann als Fremder einfach hingehe und die Sachen aufmache. Da sie ist. Chloe! N-No way. It can't be. Ray? Is that really you? It's me alright. Good to see you safe Chloe. Ray! Ray! Thank goodness. I... I never thought that I would get out of here. You're safe now. Everything's gonna be fine. See? Already back to normal. So your communicator and all your devices broke? Yeah. Yeah. The pod's computer and... and electronics were all fried when the pulse hit. And the pod itself sank into the sea. I... I really thought I was done for. Then... I'm just glad you're all right now. And don't worry. I'm in contact with my brother. Help is on the way. Huh? Antonio's coming to save us? You betcha. And you're stuck with me till then. Okay. Ah, is that Chloe? Indeed it is. I am truly relieved to see her none the worse for wear. Oh, I see. So this is who Ray was searching for this entire time. Is something the matter? N-No, nothing at all. Captain, please release Chloe at once. Yes, your highness. Her language is unknown to us. So communication has been difficult. That should be of no further concern. With Ray or I around, you should be able to understand her just fine. Hey, uh, now that you mention it, how are you and Ray speaking our language if you came from the sky? Well, there are a number of reasons. Sorry for the imposition, Nina. But would you kindly assist me in examining Chloe? Oh, of course. Leave it to me. Gabriel next we can see those who are missing. Okay. 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 Okay, okay. Let's see your hands. Try that. Okay. Okay, come on. Where are you going to come from? Ich werde dich zu Ende bringen, wenn du mit mir kommen würdest. Nein, 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 geh mit, komm, komm. Ich nehm dich mit. Ich bin so glücklich, dass ich dich wiedersehen habe. Probier deine Augen. Du bist mit uns jetzt. Lass uns zu Ende gehen und ein bisschen Rest bekommen. Warte, 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 warte. So ungefähr, okay. Ich muss ihn mit transportieren. Er kann nicht laufen. Er hat Armschmerzen. Ich habe einen Raum für dich auf dem zweiten Fluss. Ja, aber er kommt nicht hinauf, wenn ich ihn nicht hochschiebe. Ja, wir pehren jetzt alle drei da drin, oder? Bitte fühlst dich frei, diese Zimmer. Wenn es etwas ist, was du brauchst, weiß, dass du nur fragen musst. Wir freuen uns die Hospitalität, Captain Bertrand. Mensch, Bertrand, altes Haus. Alles klar, Chloe. Hier geht's. Lasst uns sicher, dass du in tip-top Form bist. Ähm, okay. Hallo, ich bin Nina. Ich bin ein guter Freund von Ray's und Elena. Und ein Iatromancer von diesem Königreich. Also, keine Angst. Schön, dich zu treffen, Nina. Dankeschön, Letizia. Wir hätten nie gefunden, Chloe, ohne dich. Ich... Ich... wirklich nicht so viel gemacht. Wenn es nicht für dich und Albert, wir würden gar nicht wissen, dass Chloe in Baldar war. Ich glaube nicht, dass du genug bist. Ich glaube nicht, dass du genug bist. Hm. Es ist unnerving, zu hören, dass du so ehrlich bist. Also, Albert, sogar ich kann ehrlich sein, wenn ich muss. Und nicht zu Angst. Wir wollen immer noch helfen, wie wir können mit Midas. Ich bin nicht zufrieden. Du bist nicht so schnell auszuladen. Ich bin nicht zufrieden. Wir müssen uns auszuladen. elena and nina of course your highness please try not to wander off too far please heed what her highness has to say what thank you albert so what is it you want to talk about not just yet let us converse once we reach the east end of the citadel okay you got that special power that let's you make friends wherever you go rei du hast verdammt große schuhe sind meine schuhe eigentlich auch so ich habe auch ich bin der Meinung, wir sollten so weit wie wir können von der frontlinie, so schnell wie möglich, um zu vermeiden, aber ich glaube, wir sollten beheben, was ihre majestie sagt, ja? ich habe mit dem examineren chloe, sie hat keine schmerzen, sie sieht einfach gut ja, aber sie wollten mir zu viel der westend der citadel, ich glaube, ich erinnere mich, dass ich einen Weg nach dem nordest gesehen habe, ich gehe da hin hä, warte, wenn ich da hochgehe ach so, der albert steht da außerhalb, oder? ja, warte mal, was hat er zu sagen? weißt der, was abgeht? kaptain bertrand ist one of the finest swordsmen in all the okay, interessiert mich im scheiß es interessiert niemanden ich bin gespannt, was sie jetzt hat haben na, verdammt warte, ich kann durchs fenster rein? Warum? Okay, das ist ja lustig. Hä, warte mal, warum kann ich das einsetzen? Resurrection Elixir. Ich kann doch hier sogar hochlaufen. Was soll das werden? Es ist ja nicht mehr speziell versteckt, ey. Schweinerei. Ich hab jetzt hier wunder gemeint, was... Was da jetzt... Was ich für ein Geheimversteck gefunden habe oder so? Gut, das war jetzt so geheim, aber... Was geht an... 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 Was тех, wenn... Was. Wenn... Das... Was geht Am out... oder irgendwas in der Richtung, aber irgendwie ist ja gar nichts passiert jetzt. Soft Yellow Minibunny has gone away. Warum ist das die Stelle, wo ich die kleinen Bunnies abgeben kann, oder was? Die Stadt ist nicht da hinten. Ja, ich bin bereit für den Schlaf. Ich sollte zum Ende gehen. Aber ich wollte es nur erwähnt haben. Ich dachte, ich soll zum Ende gehen. Ach so. Boah, ja, stimmt. Das ging ja dann noch mal. Bis der Nachtangriff kommt? Die Stadt hält ein spezielles Platz in meinem Herzen. Es ist eine Lokation, die ich nicht oft mitlesen möchte. Aber ich hoffe, dass wir wieder eine Besitzung bezahlen können. Es sollte Frieden zurückgehen. Die Stadt hält... Nein. Entschuldigung, musste ich abwürgen. Keine Zeit für dich. Warte mal, wie komme ich dann auf? Oh, da ist die Telefon direkt hinter mir. Mal Bär, was geht ab? Was willst du, mein Freund? Chloes Examinierung scheint zu Ende zu sein. Sollst du dich zurückziehen? Ups. Initte. In screen. In вкус.